Newsflash! Meine Damen und Herren, wir unterbrechen diese Werbesendung für eine wichtige Eilmeldung. Der Osterhase verteilt gratis Farbgele. Meine Lieben, das war gerade kein Scherz. Ihr bekommt wirklich heute an Karfreitag bis einschließlich zum Ostermontag gratis Farbgele zu euren Bestellungen dazu. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst einfach entweder für 30 Euro Warenwert einkaufen, dann erhaltet ihr 3 Farbgele gratis zu eurer Bestellung dazu und ab 50 Euro Warenwert erhaltet ihr sogar, jetzt haltet euch fest, 8 Farbgele gratis zu eurer Bestellung dazu. Was sagt man dazu? Ich hoffe, ihr freut euch über diese Aktion, dass euch das Osterhäschen gratis Farbgele vorbeibringt. Und ja, ihr müsst, wie gesagt, nichts weiter dafür tun, außer eben diese Warenwerte zu beachten und dann fügen wir euren Bestellungen die Farbgele einfach bunt gemischt als kleine Überraschung gratis dazu. Gut, meine Schnuckis, ich wünsche euch ganz tolle Feiertage. Lasst es euch gut gehen und lasst euch, wenn es möglich ist, die Sonne aufs Bäuchlein scheinen. Bis bald, meine Süßen. Ciao!